Musik 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 Und heute kann ich dir das hier ein Buch Das ist die kurte Seeltaschsprach-Lera, die Grammatik von der Seeltasch von Piet Kramer. Das ist ein Badje-Ola-Böck. In Königam vielleicht auch die Provisorische Woudenliste, das ist eine Ode-List, Ode-Böck von der Seeltasch. Das ist ein Badje-Ola-Böck, das ist ein Badje-Ola-Böck, das die Grammatik von der Seeltasch von Piet Kramer hat. Das ist ein Badje-Ola-Böck, das ist ein Badje-Ola-Böck, das ist ein Badje-Ola-Böck. Und alle die Kinder, die hier versammelt haben, sind nur versammelt auf www.seeltasch.de, auf der neuen Website von Seeltasch. Und da will ich ja heute diesen Präsentieren. Auch, dass das so wichtig ist für ein Agen, was heute mal Seeltasch befinden soll. Wenn man hier mal sieht, dann sieht man zuerst die Grammatik. Wenn man die Grammatik von der Seeltasch befindet, das ist ein Badje-Ola-Böck. Wenn man die Grammatik von der Seeltasch befindet, sieht man aus einem Badje-Ola-Böck. Wenn man die Grammatik von der Seeltasch befindet, sieht man aus der ersten Präsentieren. Was ganz kurz ähnlich beschreibt, was die wichtigste Grammatikregeln von Seeltasch spreken sind. Dann sieht man kurz davon, Land und Nomen. Das ist auch ein wichtiges Buch, was ganz Lungen einmal zu verfolgen ist. Wer in Manning, Manning, geografische Nomen in Seeltasch beschrieben wurde. Das kommt von Torbsnamen, Strootnomen, Fellnomen, hunderte und hunderte von Nomen. Heter-Ona-Sicht, heter-Etymologie von Absicht, heter-Von-Kieket-Wander-Tujast-Brüttwürden, san-Enseweder-Ense-Fort. Ganz wichtig und interessantes Buch. Der Ona, und das ist auch besonders, dass es noch Ulla-Inprint vom Röttgeben gibt, das ist auch noch ein klar, ist das neue Seeltasch-Waude-Böck. Das soll ein ganz gut, umfangreich Urde-Böck von der Seeltasch werden. So wird sein der Infos-Böckstabungen A mit E und G klar. Und das tun wir heute mal integral auf Seeltasch.de. Es sieht ja die Atlas-B-Bei-Laut und Nomen. Also das heißt, die Atlas wird, was zu dem Aura-Böck geht. Wird ein Völk-Eftig gekommen, wer all der Tor-Bestrote-Fälle endlich laden. Der Ona sieht ja die digitale Versionen von der Seeltasch-Waude-Böck. Das ist das neue Wäude-Böck-Urde-Böck von Biet Kramer von Seeltasch. Das wurde oorspronglich ein Urde-Böck, was Seeltasch-Auer-Seet hat in der Tisch und in der Westfrasch. Und diese Diele sind nur apart von einem Aura digitalisiert worden, um ein Aura in zu kippen. Der Ona sieht ja die provisorische Wäude-Liste aus der Seeltasch-Auer-Seeltasch. Wenn man Völk ein Tisch-Urt, echte Kiege kon, echte Schlüge kon, und dann Seeltasch-Auer-Seeting feit. und das selbst als Eindlich maugelt werden für ein Weestfrasch. Man kann um ein Weestfrasch-Urt absäcken, und feit um das Seeltasch-Auer-Seeting. Jo, und dann gibt es noch das Vormen-Wörterbuch der Sater-Friesischen, auch noch Ulla veröffentlicht. Ganz interessant. Urde-Böck wäre ein Völk-Manning, ja, persönliche und dialektische Variante von Seeltasch-Auer-Seet-Auer-Seeting. Das basiert größtendierst auf 200 Interviews, die Piet Kramer mit Seeltasch abnimmt. also das sind Vormen, die direkt, unmittelbar, unter Angangsprege kamen, wovon Manning, Ulla, in der Urde-Böcke beschrieben werden. Das ist alles, was du jetzt in der Internet auch an der Seeltasch zu finden hast. Es gibt auch noch das Urde-Böck von Maren Ford, das ist ein Seeltasch-Tisch-Urt-Böck, ganz großer Urde-Böck auch, was gelieft hat, du sind Söpentein, vor dem Söndasch-Auer-Seet, von Gemeinden Saterland, Seeltasch-Land, digitalisiert worden, als er auch komplett im Internet steckt. und auch, dass der Urde-Böck natürlich verlinkt wird auf Seeltasch.de. Also, kiek isen, rein, aus Seeltasch.de dann ganz deile auf der Homepage finden ja, am der Projekte, was ich als Seeltasch-Tisch beabfragte, also auf der Schullerunnen hef, und das Digitalisieren von Piet Kramers und Urde-Böcke. Also ein Teil davon, auch bei Seeltasch-Lernen, also ganz bohme auf der Homepage, finden ja links, zu meinen materiolen, was es gibt, am Seeltasch-Tisch zu leeren, zu studieren, und auch der Steine links echter wohl da, Urde-Böcke. Adies! Auf Wiedersehen!